Hallo, ich bin der Wari und ich bin gerade auf dem Weg zu der Euki Wildkamera. Ich habe hier nämlich eine Stelle gefunden, die ganz komisch aussieht. Allerdings liegt ja auch ein bisschen Müll rum. Hier ist irgendwie alles ganz komisch platt. Da liegt eine Holzplatte. Das hier, das hat sich bestimmt mal einer angeordnet. Das sieht nicht so aus, als ob das von Natur aus so liegt. Ich glaube, hier hat sich vor vielen Jahren mal jemand breitgemacht, einen Campingplatz gebaut oder sowas. Keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Mittlerweile schon lange verlassen und die Natur holt sich das zurück. Aber wie gesagt, es sieht sehr komisch aus, sehr platt. Da ist auch ein Eingang vielleicht von einem Dachs. Und deswegen hatte ich hier eine Kamera hingehangen, die Euki. Und da gucken wir jetzt mal rein, was die alles aufgenommen hat. also jetzt geht es gut? also jetzt geht es um die Euk Küche Kaffee und die Euk sick. So, wir müssen die Euk Küche, ihr könnt ihr da morgen einigen, das ist eine Gemachke. So, wir wollen das ist die Euk Küche für das laufen. So, wir wollen das auch wieder kommen. Also, wir wollen das Ganze rein. Wir wollen das. Igen Kaffee. Wir wollen das Ganze wiederholfen, das Ganze ziehen, was sehr gut geworden ist. Hier haben wir das Ganze noch einmal rein. Also, wir haben das jetzt, dass ich über die Euküste wiederholung, dass wir voll mit einer Tülle ab und das Ganze auch einig, das Ganze volle Confü chịuzen. Would das Ganze ja gut gefallen hat vor. Also, da kommt ein paar Dinge ins, dass wir es das Ganze machen. Waschbär am Tage, okay, da liegt Müll, gut, den nehme ich mal weg. Nochmal Waschbär, also es sind noch nicht so viele Aufnahmen drauf, ich hatte sie zuerst in die Richtung gucken lassen, habe sie dann aber umgestellt, um dass sie halt in diese Richtung schaut, also zum Bau hin. Die Aufnahmen, die diese Kamera gemacht hat, die zeige ich euch jetzt, zuerst die in der Richtung und dann die in der Richtung und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. On, Ö, Off. Die Aufnahmen Die Aufnahmen Die Aufnahmen Dann lasse ich hier doch die Speicherkarte fallen, wo der Wolf ein Waschbär gerissen hat. So, es ist eine neue Speicherkarte drin, bleibt die Kamera weiter hier hängen. Kann sein, dass es sich um diesen Eingang hier, um einen Waschbärbau handelt, beziehungsweise einen alten Dachs, den die Waschbären jetzt hier in Beschlag genommen haben. Ich werde hier noch ein bisschen Müll mitnehmen. Du kommst hier nicht rein. Es muss nicht sein, dass der Müll hier weiter rumliegt. Außerdem sehe ich, dass da irgendwas am Baum hängt. Das gefällt mir auch nicht. Nee, was ist denn das Kartoffelsack oder sowas. Ach du Gott, ist das tief. Ach, krieg ich ja gar nicht raus. Na toll. Wer A sagt, muss auch B sagen. Ach kacke. Na, das ist ja jetzt doof. Gut, dann buddel ich den richtig ein. Ja, der geht bis hier hin. So, hier ist noch was. Das ist eingewachsen. Dann liegen hier noch Flaschen rum. Muss nicht sein. Und was ich immer richtig geil finde, ist sowas hier. So, ich bin nochmal schnell kurz vor der Nachtschicht hier zu dem Platz hingefahren, wo die Euki hängt. Ich habe hier nämlich in den letzten Aufnahmen geile Aufnahmen gesehen von drei Habichten, die hier, was weiß ich, balzen oder so, keine Ahnung. Und weil mir die Qualität von der Euki dafür ein bisschen zu gering ist, hänge ich hier eine andere Kamera hin mit einer höheren Qualität und hoffe mal, dass so eine Aufnahme nochmal zustande kommt mit einer besseren Qualität. Aber die Aufnahmen, die jetzt mit der Euki entstanden sind, hier mit den Habichten, die zeige ich euch jetzt. Sind geile Aufnahmen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Da,igen Sie kommen zu mir. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Diese kleinen Speicherkartenslots, furchtbar!